ich sage es euch so wie es ist ich habe überhaupt kein bock auf dieses video aber ich mache es einfach mal weil ich die leute warnen möchte von diesem systemintegrator aber alles der reihe nach hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal pc check zu einem neuen video und diesmal haben wir mal wieder hightech ich habe ja schon mal ein video darüber gemacht mit dem pc gaming minecraft v36 design calling void rift rgb für 1849 euro runtergesetzt von 2000 euro knapp ich sage es euch ganz ehrlich diese kiste ja spoiler vorweg ist es scheiße es ist absolut scheiße ihr seht hier oben auch schon diese ganzen tabs die ich offen habe das ist nicht der einzige pc den ich heute mal vorstellen werde den werde ich detaillierter annehmen die anderen werde ich einen kurzen rüberblick machen ich sag's euch ganz ehrlich dieser laden wenn ich bei dubaro sage dass 300 euro zu teuer sind dann nehme ich wieder alles zurück weil das hier sprengt echt alles wie ihr wisst ist hightech ein unternehmen was durch viele streamer halt gepusht wird die zahlen an die streamer einen gewissen betrag und die sind dann in einer partnerschaft und stellen diese geräte vor und irgendwo muss die kohle ja kommen ja weil die kriegen da nicht gerade wenig geld für aber das hier ist echt eine katastrophe starten wir erstmal mit dem bild also wenn sich da kein regenbogeneinhorn übergeben hat weiß ich auch nicht diese ganze geschichte die hier seht stimmt einfach nicht ich glaube nicht dass diese rgb streifen hier unten also die front stimmt ja aber diese rgb streifen hier unten ich glaube die sind optional der ram leuchtet nicht es kommt natürlich auch auf die konfiguration an aber der tut es in dieser konfiguration auf jeden fall nicht ihr habt hier noch eine wasserkühlung die nicht verbaut ist warum hier das board leuchtet weiß ich nicht das tut nämlich auch nicht es ist sowieso das falsche board ja also und es wird halt auch nirgendwo darauf hingewiesen dass das einfach nur ein beispielbild ist bei den meisten steht halt noch so ja je nach konfiguration blablabla tut es hier nicht ihr kriegt das ding nach hause und es sieht nicht so aus es ist einfach so hier haben wir eine schöne übersicht was die technischen daten angeht das ist immerhin ein pluspunkt man weiß genau was man kriegt aber es bei dobar und agando auch so naja bis auf die grafikkarte da weiß man meistens nicht was man kriegt das ist halt random wie sie es gerade geliefert kriegen das gehäuse ist ein cooling void drift ihr seht ihr auch schon das einzige was da leuchtet ist die front mit diesem infinity mirror und hinten halt der kühler bzw der lüfter es ist halt einfach so dass diese streifen hier nicht zu sehen sind alles andere natürlich auch nicht dass der hardware dann geschuldet aber das bild stimmt definitiv nicht das gehäuse hatte ich selber noch nicht in der hand ich denke dass es ganz okay es ist auf jeden fall genug platz da noch eine wasserkühlung einzubauen in der front oder oben und ansonsten grafikkarte hat auch genug platz ist halt kein einsteiger gehäuse mehr aber ich würde ein anderes nehmen aber das muss jeder selber entscheiden sonderlich schlecht ist es jetzt nicht und das kostet 77 euro 780 bei mine factory als prozessor bekommen wir ein rmd ryzen 5 5600 x 4,6 ghz jetzt zeigen sie nur den turbo takt der taktet normalerweise ein bisschen langsamer denn hier steht auch der ryzen 5600 x hat 3,7 ghz im turbo 4,6 ghz dann müssten sie schreiben bis zu weil den turbo den blaze da auch nicht immer das kommt ihr nach auslastung an unterstützt offiziell 3200 megahertz ram zu dem thema kommen wir gleich noch 65 watt tdp und der kostet 279 euro bei ebay cpu kühlung haben auch schon das thema in dem bild ist eine wasserkühlung zu sehen die so nicht verbaut ist wir haben hier einen stinknormalen luftkühler da hat sich das regenbogen einhorn so richtig drin übergeben das ist der silenzium pc spartan 4 max evo a rgb hier haben wir noch schon 125 watt tdp der prozessor hat 65 watt tdp es ist aber irgendwo auch ein billig luftkühler ja man muss es so sagen ist auf jeden fall keine wasserkühlung auf den bildern zu sehen das regt mich auch immer so ein bisschen auf die leute kaufen wirklich meistens nach weiß nicht die sehen produktfoto und sagen boah geil das leuchtet das sehen sie dann auch bei den streamern voll die geilen kisten da stehen und hinterher kriegt ihr so naja ihr könnt die beleuchtung von dem lüfter natürlich hier steuern der hier vorne drauf montiert ist ansonsten ist das nichts besonderes und der kostet 21 49 bei hardware hat als mainboard bekommen msi b550 m pro minus vdh wifi wie immer ein mikro artx bei 1800 euro oder 1850 es ist schon traurig irgendwo wir kommen gleich noch zu einer schönen alternative da habe ich mich echt gefreut wo ich das gesehen hat wurde mir von meinen beratern vorgeschlagen also das hat mich echt überzeugt was dubaro angeht aber wie gesagt das kommt später hat den b550 chipsatz ja gut für die 5000er reihe sollte das schon so sein geht auch mit b450 wenn den bios update macht aber b550 ist schon okay mikro artx ihr kennt mich ich will immer full artx sports haben das sieht auch immer blöd aus ihr habt so ein geiles großes gehäuse und so ein kleines bord da drin wir haben keine gekühlten spannungswandler hier oben nur an der seite vier ram bänke immerhin könnt ihr hinterher noch erweitern eine m.2 ssd kann hier eingebaut werden hier kommt die grafikkarte rein den slot könnt ihr mit glück noch benutzen wenn der abstand groß genug ist weil sonst der kühler der grafikkarte ist überdeckt den könnt ihr auch noch benutzen für eine usb erweiterungskarte oder ähnliches hier noch ein m.2 slot von den anschlüssen hier haben wir mikrofon kopfhörer line in bluetooth wlan viermal usb 3 0 2 mal usb 2 0 netzwerkanschluss p schriftlich 2 anschluss der hier in der mitte angebracht ist sieht man auch nicht so oft hdmi displayport und vga werdet ihr nicht benutzen weil der prozessor wie immer keine integrierte grafik einheit hat und ein flash bios button und das board kostet 93 euro 58 bei mine factory weicher gskill aegis dimkit 16 gigabyte ddr4 3200 hier haben wir dual channel also 2 mal 8 gigabyte 3200 mega ist natürlich genau die spezifikation des prozessors den könnt ihr auch auf 3600 laufen lassen hätte ich mir in der preisklasse sogar schon gewünscht es ist auch leider der aegis geworden also ich hatte in der vergangenheit öfters mal probleme mit aegis ich bin immer froh wenn er nicht verbaut ist aber er wird wohl erstmal funktionieren falls das nicht tut habt ihr halt einen garantiefall ist auch immer ärgerlich aber erstmal können wir damit zufrieden sein und der kostet 52 euro 17 bei mine factory noch dazu der leuchtet nicht also schenkt euch das schon mal der leuchtet nicht wie auf den bildern als grafikkarte bekommen wir eine zote gaming geforce ethics 3060 twin edge oc 12 gigabyte gddr6 hier vorne seht ihr schon die leuchtet nicht hier noch mal im vergleich guckt mal was da unten los ist hier sieht man es auch noch mal ganz schön das werdet ihr so nicht kriegen die leuchtet halt kein stück ich meine mir persönlich ist es egal ob sie leuchtet es gibt leute die legen wert darauf und deswegen will ich noch mal auf jeden fall betonen eine 3060 ist in der preisklasse ja vielleicht noch angebracht eine 3060 ti hätte es auch getan ihr werdet auch gleich sehen wie viel puffer wir noch haben an geld also was dann hinterher übrig bleibt ansonsten ist das eine gute grafikkarte wo die meisten spiele erstmal mit spielen könnt ihr könnt jetzt natürlich nicht erwarten dass der auf 4k da eure 100 fps durchballert das funktioniert nicht aber für die gängigen triple a titel und so läuft das auch noch wenn ihr nicht alles auf maximum ballert und nicht erwartet zum beispiel in wqhd 144 her zu schaffen in shootern schafft ihr das natürlich allemal aber so ein far cry 6 oder watchdog legion macht da dann schon probleme und die kostet 724 euro 99 bei berserker 1806 naja ja gut wir rechnen jetzt trotzdem damit das macht jetzt die braten wirklich nicht fett ihr könnt auch den preis von hardware camp nehmen das ist relativ egal als netzteil bekommen in fsp fortrond source hyper 700 watt netzteil ja kann ich nicht schlechtes sagen 700 watt ist in dem system auf jeden fall angebracht fsp ist auch ein guter hersteller hat auch fünf jahre garantie da steht jetzt leider nicht ob das irgendwie gold zertifiziert ist oder ähnliches aber bei 85 prozent das könnte ganz normal bronze sein es kann auch gut sein dass es schon irgendwie silber ist und das kostet 54 euro 27 bei mine factory als ssd bekommen eine samsung ssd pm 9a 1 256 gigabyte m.2 vorweg lese geschwindigkeit 6400 mb die sekunde schreibt geschwindigkeit 2700 mb die sekunde das ist natürlich schon ganz ordentlich das ist ein schneller ssd aber warum 256 gigabyte ihr müsst zwangsläufig wenn jetzt euer system vollstopft sagen wir da kommen windows discord treiber vielleicht das ein oder andere spiel noch müsst ihr die anderen spieler auf eine hdd auslagern das ist leider so 256 gigabyte ist viel zu wenig meiner meinung nach wollen dieser preisklasse das hätte ich bei so 1000 euro system hätte ich das erwartet aber nicht bei 1850 und die kostet 49 euro 57 bei mine factory immerhin bekommen wir noch eine toshiba hdd dabei ein terabyte ich schätze mal die nehmen die toshiba p300 es kann auch eine andere sein auf jeden fall ein terabyte das reicht natürlich erstmal aus aber ihr habt längere ladezeiten in den spielen und irgendwann sind die ein terabyte auch voll ich habe in meinem system fünf festplatten das hat auch einen grund gut klar die videos aber ich habe auch viele spiele und die fressen ordentlich speicher ich habe zum beispiel mal ark survival evolve gespielt habe über 1000 spielstunden da drin und das hat irgendwie schon 300 gigabyte gefressen wenn man die ganzen mods und so noch dabei nimmt das ist schon hart und die kostet 32 euro 73 bei mine factory software bekommen wir microsoft windows 10 professional 64 bit dtsch also deutsch ja hier haben wir auch schon nichts besonderes die pro variante immerhin 19 euro 99 packen wir auch so den warenkorb und dann werden wir auch schon beim endergebnis hier haben wir die hdd hier ist die ssd der prozessor der ram grafikkarte das mainboard cpu kühler gehäuse netzteil und windows und da kommen wir auf den gesamtpreis von 1405 euro 66 das system soll kosten 1849 wusste ich nichts mehr zu sagen oder 400 euro oder 450 euro knapp fürs zusammenbauen und bissel garantie also leute ich bitte euch 450 euro wisst ihr was ihr damit machen könnt ihr könnt damit ein besseres board holen können besseres gehäuse nehmen ihr könnt eine bessere grafikkarte nehmen die dann wirkliche rgb beleuchtung hat also absolut nicht und ich dachte mir jetzt so okay das ist jetzt wieder so ein pc der wurde übrigens vorgeschlagen in den kommentaren kann ja ein ausreißer sein vielleicht haben sie die preise nicht aktualisiert oder so dann hätten wir aber hier noch ein ich werde die technischen daten jetzt nicht durchgehen aber wir haben hier 2499 euro ich zeige euch kurz die zusammenstellung hier ist auch eine hdd drin ssd prozessor ram grafikkarte mainboard cpu kühler gehäuse netzteil windows 1949 59 2499 59 550 euro 550 euro da kriegt ihr schon eine grafikkarte für realistisch also eine einsteiger grafikkarte aber ihr kriegt eine grafikkarte überlegt mal weil ich weiß nicht wie das zustande kommt also die sind krass überteuert warum auch immer die konfigurationen sind ja ist nicht so übelst müll aber nicht so toll wie ich mir das immer vorstelle dann aber hat ihr eine andere meinung hey leute das könnte er nicht bringen und da machen die ganzen streamer machen dafür werbung also jetzt nicht alle monte zum beispiel macht bei milfcom das weiß ich aber es gibt viele die hightech als partner haben kriegen dafür dick kohle und ihr dürft das bezahlen und damit wir jetzt mal richtig übertreiben haben wir hier noch ein pc für 14.990 euro also bummelig 15.000 euro wird keiner kaufen keine sau aber ich möchte euch die preis differenz mal zeigen ich zeige euch auch direkt die config hier ist die hdd ssd prozessor rahmen grafikkarte mainboard gehäuse wasserkühlung netzteil und windows 9651 euro da gleich 15.000 9650 muss ich da noch was zu sagen ist doch quatsch oder wenn er jetzt so eine custom loop und so drin gewesen wäre also eine kasten wasserkühlung ja selbst da hätte ich es nicht verstanden aber da hätte ich noch sagen können okay so und so viel arbeit blablabla 50 über 5000 euro gewinn machen die dann beziehungsweise nehmen die dann ob das jetzt gewinn ist die haben ja auch noch nicht die endkunden preise die haben ja einkaufspreise sind auch mal ein bisschen anders ne wir kriegen ja hier die produkte nicht für die preise die hier bei geilzeit stehen sondern deutlich günstiger dann haben sie noch da die rechnerei mit der mehrwertsteuer und so ne 5000 euro wie gesagt die kiste wird keiner kaufen aber hoffentlich nicht aber guckt euch das mal an also ich kann nur eindringlich warnen nicht nur dass die konfiguration so ein bisschen mehr ist mit diesem mikro art export und dann noch ein ram und dieser kleinen festplatte und so nein das ist einfach diese preisdifferenz und ich glaube ich muss meine erwartungshaltung mal ein bisschen runter schrauben wenn ich jetzt bei dubaro ein system sehen mit 300 euro zu viel das sind zehn prozent des gesamtpreises da kann man auch sagen ja mein factory wäre dann wirklich günstiger auch wenn die grafikkarte woanders kauft ich habe einen kommentar bekommen die gibt es bei ebay wenn du bei einem richtigen händler kauft ist wieder ein bisschen teurer ja ok verstehe ich aber leute also ich würde dann wirklich sagen dass du baro system aus dem letzten video kauft es euch ruhig die ziehen euch nicht so ab wie heite ich wirklich nicht aber wo wir gerade beim thema dubaro sind meine berater mir eben was schönes geschickt und zwar gibt es hier sales systeme bei dubaro die kann man nicht mehr konfigurieren muss man aber auch nicht meiner meinung nach wir haben hier den dubaro sales system ag010 wir gehen das nicht so krass drauf ein ich sage noch kurz was hier phase ist er hat den 5800 x den habe ich selber damit render ich damit nehme ich auf damit streame ich wunderbarer prozessor in darkrock 4 den hatten wir im letzten video schon mit einem 5800er reisen wird er schon klar kommen wasser kühlung hätte mich eher gefreut aber er reicht dafür auf jeden fall aus das aorus elite habe ich selber ist ein super board dann bekommt ihr eine 3080 ventus 3x plus oc das heißt ihr wisst welche grafikkarte ihr bekommt arbeitsspeicher 32 gb 2 x 16 g skill ddr4 3600 trident set neo der leuchtet wirklich und das ist ein guter ram gar keine frage ich schimpfe nur auf die aegis die trident set sind okay die rip jaws auch festplatte kriegt eine 1 terabyte kingston a2000 die ist vielleicht nicht so schnell wie die in dem system von hightech aber ihr habt ein terabyte und die schnell genug zum zocken und dass sie auch verkürzte ladezeiten habt ihr bekommt ein 850 watt msi mpg netzteil das hat man im letzten video auch schon reicht völlig aus für diese kiste das gehäuse msi mpg sekira ja habe ich schon mal verbaut ist jetzt nicht so meins muss aber jeder selber wissen vom airflow her und so passt das eigentlich einigermaßen und ihr müsst mal schauen wir sind hier bei diesem system wie gesagt nicht mehr nachkonfigurierbar schade 2299 euro und wir kommen bei geiz auf 2573 95 ich werde nicht von dubaro gesponsert ich werde von niemanden gesponsert außer von cdk aber das hat ja nichts mit hardware zu tun ist ja der windows schlüssel also ich habe mit denen keine partnerschaft ich kriege auch kein geld dafür wir gehen hier noch mal durch ist die ssd der prozessor der rahmen die grafikkarte mainboard der cpu kühler das gehäuse das netzteil wie gesagt 2573 euro 95 ja hier für über 200 euro weniger als selbstbau wenn ihr eine gescheite kiste wollt zum streamen daddeln und damit ihr die nächsten drei vier jahre mal ruhe habt bitte da ist er solange er noch da ist nicht dass die jetzt irgendwas ändern oder so aber 3600 ram das sind die prozessor habe ich selber die grafikkarte sogar besser als meine also was wollt ihr mehr 2300 euro da ist er wenn ihr jetzt ein system haben wollt was preis leistungstechnischen ordnung ist bitteschön aber um zum thema noch mal zurückbekommen ich werde jetzt auch keinen fps test machen weil ich wirklich nicht möchte dass ich jemand dieses system kauft wirklich nicht weder das noch das und auf gar keinen fall dass ihr schmeißt den einfach nur das geld in drachen also wirklich noch mal warnung vor diesem shop die verarschen euch nicht also ihr kriegt natürlich die hardware und so das sind jetzt keine betrüger aber ziehen euch das geld aus der tasche so ist es halt muss ich so sagen gut das wäre es dann auch schon wieder mit diesem video wenn es euch gefallen hat lasst ein däumchen nach oben da aber nicht den kanal wenn das noch nicht gemacht hat und unseren discord falls sie noch fragen habt lasst gerne einen kommentar da vielen dank fürs zuschauen bis dahin auf wiedersehen und ciao tschau tschau tschau